Und hier kommt dann der Weg hin. Das ist natürlich jetzt total super, dass der nicht mehr da dran passt. Ne, das mache ich anders. Moment. Das mache ich dann so. Genau. Da geht es dann später noch quasi in die Richtung weiter geht es dann mit dem Weg. Aber erstmal ist er dann nur hier. Um zum Feld zu kommen. Nämlich so. Dann kann man hier hoch gehen. Ganz prima. Und dann ist da das Feld. Das mache ich jetzt noch, das Feld. So. Haben wir denn noch Samen? Sprach er und nahm die Samen in die Hand. So. Also ein Name natürlich. Das ist Perfektionismus größter Klasse. So. Die kommen dann hier hin. Beziehungsweise hier wollte ich eigentlich gar keine hin machen. Hier wollte ich eigentlich Weg hin machen. Aber das sage ich jetzt nicht, weil sonst wäre das ja unprofessionell. So. Dann mache ich die mal gerade da hin. So. Sehr gut. Und da. Und so. Dann wollte ich jetzt so machen. Genau. Dann mache ich das einfach mal so. Tralalalala. Tralalala. Tralalala. Und dann habe ich immer die komplette Welt abgepflügt. Und backen. Damit ich mir Samen. Aus das Laut. Habe ich immer die komplette Welt abgepflügt. Also die kompletten Wiesen. Immer so irgendwie so versamt. Also hier so. Ne. So gepflügt. Damit die. Damit ich die Samen dafür bekommen habe. Und dann habe ich die zu Hause in meinen Garten gesetzt. Ja ja. Das waren Zeiten. Das war jetzt nicht ganz das, was ich wollte. Ich wollte so machen. So. So. Und so. So. Dann setze ich mal in jede Ecke hier mal. Gerade so ein. So ein Lämpchen. Und dann setze ich noch. Hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. So. Das ist jetzt nicht ganz symmetrisch. Also beziehungsweise es ist eigentlich symmetrisch. Aber. Weil das halt. Ähm. So eine Breite hat. Wo. Man. Äh. Nicht genau. Genau immer quasi. In den gleichen Abständen setzen kann. Mache ich das jetzt einfach mal quasi. Zu Mitte hin symmetrisch. Das heißt in der Mitte hier könnte man jetzt auch noch einen hinsetzen. So. Dann wäre es zweier Abstand, eine Abstand. Eine Abstand, zweier Abstand. Aber das kann man auch weglassen. So. Aber so hier ist jetzt quasi die Mitte. Und von da aus geht es dann so. Und so ist es dann symmetrisch. So. Es geht ja auch eigentlich nur darum, dass es beleuchtet ist. Und dann ist alles gut. So. Ach genau. Und ich kann auch in die Mitte noch einen setzen. So. Das kann ich dann hier mit diesem Holzblock machen. So. Dann mache ich mal gerade hier einen Zaun hin. Mach das daneben. Dann kann ich nämlich hier auch noch einen draufsetzen. So. Und das hier wieder weg. So. 50. Also Minuten aufgenommen. Ähm. Was ist das denn? Oh. Wir haben keine Fische dabei. Scheiße. Naja. Egal. Oder haben wir welche drin? Nö. Ach. Wir haben ja noch gar keine Angel gemacht und gar nichts. Und so die Profis. Das gibt es einfach nicht. So. Dann setze ich die mal hier hin. Und dann sortiere ich mal hier wieder ein bisschen ein. Hm. Einmal können wir hier reintun. Alle drei. Ähm. So. Dann gehe ich mal nach unten und gucke mal, was ich hier einräumen kann. Das können wir eigentlich hier so als Schatz reintun, ne? Hier haben wir doch noch Samen. Ich Idiot. Was war denn hier? Da. Tüt, 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 tüt. Komische Musik, wo ich nicht weiß, wo die herkommt. Wahrscheinlich auch von der Webseite. Irgendeinem großen, äh, Songpaket. So. Und dann wollte ich mal hier gerade. Das Feld besamen, fruchtbar machen, wie auch immer. Man, äh, sich das, äh, äh, zu Worte bringen will. Und das war es auch schon. Jetzt habe ich hier irgendwie eine komische Form gemacht, aber ist ja egal. Feld ist Feld. Wem es gefällt, dem gefällt es. Und wem nicht, dem nicht. So. Und dann nehme ich mir gerade hier noch die Blümchen. Die Blämchen. Geh noch kurz runter. Haben wir hier auch noch irgendwo Blümchen? Ja, da haben wir auch noch zwei. So. Und machen wir hier gerade so. Zack, zack. Das ist natürlich total symmetrisch. Huch. Ach, da vorne. Ich dachte, manchmal verschwinden die Blumen. Habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. So, ist natürlich nicht symmetrisch. War ja klar. Dann nehme ich mir gerade von hier oben noch ein paar Blümchen. So. Das Rosenfeld, was hier quasi ist, habe ich mal auseinandergenommen. Schade, dass es eigentlich nur gelbe und rote Blumen gibt. Finde ich ein bisschen schade. Könnte eigentlich ruhig alle Farben geben. Aber so ist doch auch schon wunderschön. Dann lasse ich das jetzt einfach mal so. Und gehe noch mal schlafen. So. Und dann begebe ich mich wieder runter. Und ich merke schon, es ist schon gleich Mitternacht. 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 So. Und wo war denn nochmal das Sprengpulver? Das war hier. Genau. Und hier haben wir dann auch nochmal Feuersteine. Da können wir die noch mit draufsetzen. Und Kohle haben wir jetzt auch noch mehr. Und die Eisenbahn können wir eigentlich auch noch hier reintun. Aber ich weiß gerade nicht wo. Hm. Ne, tue ich die mal unten rein mit in die Schätze. In die Schätzekiste. So. Wie auch immer. Jetzt bin ich langsam schon richtig heiser. Weil ich gar nicht weiß warum. Dann kann ich direkt nochmal runterlaufen. Super. So. Zack. Nächsten 64er-Stack. Haben wir eigentlich auch Metallrüstung schon? Ja, haben wir schon. Fett. Haben wir schon doch mehr Eisen gefunden, als ich erwartet hatte. Ich dachte, wir wären noch so richtig am Anfang. Aber, also sind wir ja auch eigentlich mit unserem kleinen Häuschen hier. Und ich höre Vöglein zwitschern. Ähm. Aber da sind wir eigentlich, haben wir auch schon viel erreicht. Also wir haben noch nicht so viel gemacht, aber wir haben schon ein bisschen, also quasi unsere Grundlage haben wir geschaffen. Das kann man sagen. Mit unserem Häuschen hier. Mit dem Blümchen vor. Hm. Finde ich gerade schön, dass die Vöglein zwitschern. Also ist zwar jetzt gerade im Song und nicht in Minecraft, aber finde ich passt gerade sehr gut. Die Hunde passen jetzt nicht so, aber ist ja egal. So. Da ist wieder die Katze. Da ist wieder die Vöglein zwitschern. Ich habe gerade ein bisschen zur Musik da hingeguckt hier vorne und habe mir überlegt, was wir dann jetzt hier hinbauen. Und da laufen Zombies. Das ist natürlich super. Und der hat mich glaube ich sogar gesehen. Der Arsch. Ähm. Aber ich glaube, das mache ich zu. Das betoniere ich einfach zu. Und hier kommt dann so eine Art Hafen hin. Das mache ich mal gerade. Ich habe gerade 64 Kobbelstunden dabei. Die werden nicht reichen. Aber da werde ich zumindest mal ein Fundament mitmachen. So. Dann mache ich mal hier. So. 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 Und dann. Ja. So lasse ich das erstmal und mache dann hier. So. Quasi den Boden hin. Ja. Super verbaut hier. Die ganze Zeit. Egal. Kann man ja weg machen. Und den mache ich auch noch kurz weg. So. Und dann. Wird das ja schon fast. So. Dann wird das ja quasi so eine Art. Äh. So eine Art. Fläche. Wo dann. Schiffe dran fahren. Quasi. Hier kommt dann so ein Kran hin. So und so. Das. Und dann. Weite ich das noch nach hier aus. Beziehungsweise. Mache ich jetzt mal gerade noch kurz. Ich habe gerade ein paar Ideen bekommen. Muss ich ja sagen. Ähm. Wie man. Wie wir das jetzt hier schön gestalten können. Und ähm. Ich hatte ja. Ich muss zugeben. Ich muss. Ähm. Zugeben. Dass ich. Äh. Eigentlich vorhatte für die Minecraft. Äh. Also für unsere Let's Play Welt hier. Dass ich. Ähm. Aus Gothic 2. Die Hafenstadt nachbaue. Aber. Ähm. Naja. Mittlerweile. Glaube ich nicht mehr dran. Dass. Äh. Das so ein. Realistisch. Umsetzbares Projekt. Sein könnte. Ähm. Deswegen. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen. Deswegen. Ähm. Mache ich es jetzt einfach mal so. Ein bisschen Freistil. Und. Ähm. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier so. Mache ich jetzt hier so ein. So ein. Quasi. Das wird jetzt so ein. So ein Steg. Und gleichzeitig ein Wellenbrecher. Für die riesigen Wellen. Die wir hier in Minecraft haben. Da muss man einfach gegen. Gegen anbrechen. Mit. Äh. Ganzer Kotze anbrechen quasi. Ähm. Ne. Das. Das soll jetzt noch hier so weiter geführt werden. So. So bis. Bis. Äh. Ja bis hier ungefähr. Oder noch ein bisschen weiter. So. Das es so ein bisschen rausragt. Ähm. Das ist glaube ich bei Häfen so ab und zu mal. Und dann steht am Ende ein Turm. Und da ist dann jemand drin gefangen. Und das ist dann gar nicht wie ein Risen. So. Ähm. Ne. Dann weiß man auf jeden Fall jetzt hier was. Äh. Was gemeint ist. Dann kann ich hier einen Zaun hinsetzen oder so. So. Weiß ich nicht genau. Genau. So. Mach ich jetzt einfach mal so provisorisch dahin. Das soll jetzt nicht schon so das fertige Produkt sein. Aber. Äh. Damit ich mir das mal ein bisschen merke. So. Und dann wollte ich hier. 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 Ähm. Dann den Weg runter machen. Ich hab. Also eigentlich wollte ich da vorne. Aber jetzt hab ich mich gerade überlegt. Dann mach ich den hier runter. Ähm. So ein bisschen geradeaus. Allerlein klar. Und dann geht der hier runter. So. Und wird dann auch aus. Von dem Kiesweg. Der so durch die Natur schlendert. Da oben rum. Wird der. Geht der dann hier runter. Und wird zu so einem Steinweg. Wie das dann alles hier auch. Äh. Relativ steinig wird. An sich. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wie weit ich hier schon vorwärts bin. Ähm. So. Wie mach ich das am besten? Da mach ich am besten so. So. Genau. Dann geh ich hier runter. So. Und. Äh. Geh dann. Am besten. So. Ich bereite das hier quasi direkt alles schon vor. Dass wir jetzt nur noch die. Äh. Die Sachen einsetzen brauchen. Also hier dann den. Den Koppelboden. Ähm. Beziehungsweise ich glaube ich mach das sogar noch einen so. Dass man die Treppe. Dass die Treppen so ein bisschen weiter vorne sind. Ähm. Ne. Das geht ja eh noch weiter hier. Also das. Hier kommt dann noch ein ganz langes Lagerhäuschen. Da machen wir uns dann. Äh. So ein schönes. Ähm. Ja. Oder sollen wir das so. Das wäre natürlich jetzt so. Oh. Hast du geklaut von so und so. Aber. Ähm. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Sein Lagerhaus quasi am Strand zu machen. Oder beziehungsweise am. Äh. Am äh. Am Wasser gebaut quasi. Ähm. Naja. Und hier kommt dann noch ein. Äh. Noch ein Haus hin. So. Hier kommt dann noch ein Haus hin. Wo man dann quasi drum herum läuft. Damit man nicht querfällt einläuft. Und ähm. Was dann halt hier so. Hier so steht. Dann können wir hier unten noch eins machen. Und so weiter. Und so fort. Ähm. Mir sind ganz viele gute Ideen gerade eingefallen. Und ähm. Deswegen wollte ich einfach mal hier. den Kackeblock hinsetzen. Und ich guck mal gerade. Ein Brot habe ich noch. So. Und das esse ich mal gerade. Und bring mal die Erde weg. Die überflüssige. Zack. 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 Und in diesem Sinne würde ich sagen. Ähm. Gebt mir mal Feedback. Wie das jetzt ist. Wie ihr das findet mit Minecraft. Also mit Minecrafts und Sims. Äh. Ob ich das jetzt abwechselnd machen soll. Weil Minecraft läuft ja jetzt wieder. Und äh. Es fanden ja auch ein paar Leute schade. Dass ich äh. Damit aufgehört habe. Aber wie auch immer. Ähm. Alternativ. Also äh. Äh. Das absolute Mainstream. Äh. Let's Play Spiel. Aber es ist auch einfach primär dafür geeignet. Das muss man auch sagen. Äh. Obwohl man halt sehr viel reden muss. Das äh. Das ist ein bisschen wie bei Flatout. Da muss man eigentlich durchgehend reden. Nicht so wie in Gothic. Da reden ja auch die anderen sehr viel. Ähm. Ähm. Und deswegen hätte ich gerne Feedback. Auf jeden Fall unter dem Video zu äh. Zu Textureback. Tralala. Und überall. In Facebook und äh. Twitter. Und überall. Und auch natürlich als Kommentar. Wie wir das jetzt weiterführen wollen. Und in diesem Sinne. Bis äh. Zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.